So meine Freunde Willkommen zu einem weiteren Part von Ninja Gaiden 2 So, wir waren hier stehen geblieben Bei 4.1 Oh Gott, wieso habe ich überhaupt angefangen dieses Spiel wieder aufzunehmen, ey Das kann doch nicht sein Das ist so die Reisequame, was ist denn das für Wichser, Alter? Was ist der? Mein Gott, ey Was ist das so für Viech? Ey Das sieht aus wie der Gollum Wenn er seinen Schatz sucht Wie komme ich da hoch? Ja, ich habe schon da Oh, verpestig, Vogel So, natürlich So, schön, schön, schön Wie geht weiter? Verpestig Wie lange geht das Level eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung, ich möchte, dass es aufhört Bitte Nein Na Oh komm, das kriegt man hin bis dorthin Da hoch hin Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal in Checkpoint angelangt Oh mein Gott Äh, ich check gerade nicht, warum ich jetzt von Feuer umhüllt war Ist das gut? Was ist das denn für ein unfairer Gegner? Hä, der ist ja übel Nein, ich Oh fuck, Alter, ich bin game over Hat mir gar nichts gebracht, also diesen Vorsprung Kommt gleich dieses Hyperviech Das ist so ein Scheißviech, ey Verpestig Übelste Scheißviech, ey Oh mein Gott Das ist so ein Hyperviech, ey Ich hasse dieses Viech Das ist so ein hässliches Viech, ey Oh mein Gott, verpestig Uh, äh, wir haben nicht viel Leben verloren Chill Na Fledermaus, verpestig Fledermaus, nein Nicht dieses Viech Nicht dieses Viech Aha, du kriegst mich nicht mehr Aha Besser so Oh mein Gott Nein Das kann doch nicht sein Das ist doch kacke Das ist noch unfairer Das Viech ist so übelst unfair Da pisst ich Oh mein Gott Wieso lässt mich das Spiel nicht in Ruhe Nein So eine Scheiße Ja, ist klar Oh mein Gott Ich hab gar keine AP verloren Das muss man feiern Das mein ich sogar ernst Oh mein Gott Was pisst euch Scheiß Feuer Ey Wie willst du da hinkommen Der Typ, der Der bleibt dort bis zum Geht nicht mehr Du kannst da gar nicht hin Der kämpft dort bis du da hinspringst Und dann fliegt aus dem Maul Weil er dich mit seinem Fettbauch Dann wegschubst Oh, verpiss dich, Gollum Oh Gott Oh, ich hasse Oh mein Gott Ich hasse dieses Viech, ey Ich hab nur 3 AP verloren Wie geil Geh doch voll klar Verpiss dich Du verpiss dich auch Verpiss dich, Vogel Scheiß Vogel Mir egal Verpiss dich Verpiss dich Hab ich gesagt Geh hoch Ich bin wieder mal hier Äh, das ist immer Immer schön Ah, ich hab Schutz Feuerschutz Warum auch immer Ich check das auch nicht Aber hab ich anscheinend Check Check 24 Verpiss dich Oh mein Gott Nein Wieso kann der nicht gescheit springen, Alter Was ist mit dir falsch gelaufen in deiner Geburt Geburtsfehler, Alter Was ist mit dir los, Mann Der kann nicht springen Perfekt Wir sind hier Nein Nein Lass mich nur in Ruhe Scheiß Vogel Oh Gott Das kann ja nur böse enden Oh mein Gott Scheiß Fliege Nein Nein Oh mein Gott Dankeschön Dankeschön Yes 4-2 Bitches on the mind Oh mein Gott Wo bin ich hier Wo bin ich hier Wo bin ich Verdammte Scheiße Wo bin ich hier Äh Hä Wie komm ich da runter Ist mir scheißegal eigentlich Ich bin sowieso gleich game over Ich schaff das sowieso nicht Beim ersten Schritt glaube ich Ah Das ist schwer Aber das kriegt man hin So ich fange sowieso hier an Wir sind ja schon mal sicher in 4-2 Das ist super für mich Finde ich zumindest Zum Glück spielen wir hier Kein Ninja Gaiden 3 Da hätte ich mich wirklich Safe Staten Hätte ich Safe Staten müssen Auf jeden Fall Weil da stirbst du nach 5-mal Game over gehen Komplett bist du dann weg Und das ist halt der Shit In dem Spiel Ob das jemand durchschafft Das ist eine Frage an sich Aber das kriegt man eigentlich Irgendwann schon hin Boba verpiste ich Oh Gott Verpiste ich alter Wir müssen ja runter glaube ich So jetzt meine E-Wede weiter Ist mir ja nicht Egal solange ich Oh mein Gott Solange ich das bekomme Was ich will Genau Vogel 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 So wir sind hier oben Sehr schön Wahrscheinlich hier runter klettern Okay Verstehe gerade nicht Was das Level hier Jetzt sich dabei gedacht hat Ich checke es nicht Nein, nein Oh mein Gott Voller Gegner Alter Ja Ich kann mir nichts noch töten So Okay hoch Äh Gut, gut Wir sind hier oben Nein Nicht Vogel Vogel Verpiste ich Ich mag wirklich gar kein Mensch Verpiste ich Scheißvogel Alles klar Barm weg Das Axt Huren So ein Viech Nein Mann Oh Ah Nein Oh mein Gott Ich bin mir sicher Dass wir jetzt Beim Endboss wären Ich bin mir sicher Äh Das heißt Ich hätte sowieso Mit mehr Leben dahin gemusst Scheißfliege Die mich da abgelenkt hat Hurensohn Mann Verpisst euch jetzt mal Alter Verpisst euch Ihr Wichsviecher Ja Komm Alter Wie viele noch Alter Die sind doch Krankentwickler Alter Chill Dein Anus Ja ist klar Alter So ein hässlicher Gollum Gollum Zwerg Du nährst du Übelst Weißt du das Ich hasse dich Du Viech Oh nein Vogel Vogel Verpisst dich Vogel Wir lieben dich Ich liebe dich Vogel Natürlich Nein Verpisst dich jetzt mal Alter Oh mein Gott Ey Was ist das denn Ey Ich sterbe sowieso Ja Endboss Ne Äh Was What the Fuck Ey Was ist da Hä Hä Ich check's nicht Check das wirklich nicht Was Oh ich dachte Da war eine Wand Ey Komm Das Spiel Verarscht Jemanden Ey Das Spiel Verarscht Jemanden Nur Dreckspiel Was macht der da Alter Ja ich komme Ich kann mich Gleich töten Ey Ja komm Stirb Buchensohn Der Rio Haia Bassel Hat gar nichts drauf Ne Das ist Das ist so ein Wunder Ey Da ist überhaupt nichts drauf Ey Vielleicht nur die Vierte Weltmannschaft Und das wäre super Mehr interessiere ich mich nicht Bitte Ich will doch nur die scheiß Vierte Welt schaffen Das geht doch oder nicht Nein 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 Ey das ist doch ein Kacklevel Hat nur Bock mehr auf das Level Oh yeah Ist halt Ninja Gaiden Wenn man davon spricht Und liebt das Spiel Das Spiel ist die reinste Geile Orgasmusbremse Oh geil So geil Oh wat Ja verpiste ich Ey Ich check's nicht Habe ich jetzt Leben bekommen Oder was Warum Was ist das man Oh dankeschön Dass ich hier wenigstens runter kann Zunächst nebene Oh danke Ah wir müssen hier entlang Es geht nicht anders Das heißt Wir konnten uns gar nicht da aussuchen Ich dachte wir Haben es uns ausgesucht Dass wir hier lang gehen Check dein Leben So das war glaube ich Nix Hä was war nochmal das Highlight Es gab irgendein Highlight Auf jeden Fall Das weiß ich So wieder ne Ebene Weiter Nein Du stirbst jetzt nicht Halt die Fresse So hier waren wir sowieso Schon oft So Sehr gut Sehr gut Es passt bis jetzt So es passt immer noch Außer dass die Mist Geburt da ist Aber die ist ja jetzt In den Abgrund Gesprungen Weil ich sie Abgrundtief hasse Aber auf jeden Fall Hast du sie wirklich Abgrundtief Und deswegen habe ich sie In den Abgrund Geschubst So Verpiss dich Ob das was wird Hier geht der Bossfight Der ist mal unsichtbar Und mal sichtbar Oder Ich check's nicht Hä Hab ich den nicht getroffen Ja was muss ich Hier genau machen Was muss ich da machen Ich check das nett Was muss ich beim scheiß Boss machen Ach komm fick dich Spiel Kein Bock mehr auf den Scheiß Kein Bock mehr Tschüss